Malassa de Dom in Kölle. Einen heute. So viele Wortwitze mit Namen habe ich noch nicht gemacht. Guck mal lieber auf das Parallelschwingen. Ja, das ist erwartbar gewesen. Ninja Sport auf Topniveau. Wobei er hier im schwarzen Jersey, boah, das ist alte Reporter-Sprache, der war Finalist in Staffel 1, also zu Beginn der langen Reise, die im Herbst in Staffel 6 geht hier beim RTL mit den Ninjas. Aber er ist immer noch fit. Also man weiß es ja bei so Leuten, die eine Weile nicht mehr da waren, was haben die noch auf dem Kasten? Ja, der ist gut. Und das hier ist ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber der Kleiner, der geht da rein. Nein, nein, das war die einzige Chance. Ich mag das trotzdem. Ja, jetzt wirst du sagen, aber dann hätte er doch jetzt noch eine Chance gehabt, weil der ja an der Wand scheitert. Können wir alles mal in Ruhe ausdiskutieren. Ich mag das von der Lübe her, was Julius da gemacht hat. Ja, ich auch. Also das war... Das war... Geh aufs Ganze. Ja.